Assalamu alaikum. Heute wollen wir uns mit der wichtigen Frage beschäftigen, ob man als Muslim seine vernachlässigten Gebete nachholen muss oder nicht und falls ja, wie man das eigentlich tut. Willkommen zu einer neuen Folge von Frag den Imam. Mein Name ist Farid Haider. Wenn ihr in Zukunft keine dieser Folgen verpassen wollt, dann abonniert unseren Kanal. Viele Muslime, welche zu Allah zurückgekehrt sind, stellen sich eine wichtige Frage. Muss ich eigentlich all die Gebete, welche ich jahrelang vernachlässigt habe und nicht vollzogen habe, wieder nachholen? Oder reicht es aus, dass ich bereue? Ja, kann ich sie denn überhaupt nachholen? Die Gelehrten haben hierüber zwei Meinungen entwickelt. Vielleicht nochmal ganz wichtig zu erwähnen, es geht nicht um ein Gebet, was ich verschlafen habe und direkt wieder nachhole, sondern es geht wirklich um Gebete, welche ich absichtlich, um vorsätzlich oder aus Vorlage heraus über einen längeren Zeitraum vernachlässigt habe. Die erste Meinung ist die Meinung der Mehrheit der Gelehrten, zu denen auch die vier Rechtsschulen gehören. Und sie sagen, als Muslim muss ich alle Gebete bis zu dem Zeitpunkt, wo ich zur Rechenschaft gezogen werden kann, nämlich bis zur Pubertät, nachholen. Wie begründen sie das? Sie begründen das damit, dass sie sagen, es gibt etliche Hadithe unseres Propheten, in denen er sagt, dass man als Muslim das Gebet, was man vergessen hat oder was man verschlafen hat, nachholen muss. Und sie machen keinen Unterschied, ob es nun vergessen wurde oder ob es absichtlich unterlassen wurde. Ebenfalls gibt es einen Hadith unseres Propheten, in dem er sagt, dass die Schuld Allahs eher zu begleichen ist. Dieser Hadith bezieht sich auf die Pilgerfahrt, auf die Hajj. Und sie sagen, hierin gibt es keinen Unterschied. Und ebenfalls stützen sie sich auf die Hadithe, in denen der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verlangt, dass man das Fasten, welches man nicht vollzogen hat, ebenfalls nachholen muss, selbst wenn man es absichtlich und vorsätzlich unterlassen haben sollte. Die zweite Meinung wird ebenfalls von einigen Gelehrten, einigen großen Gelehrten vertreten, wie beispielsweise Ibn Hazm, Dawud al-Wahiri, Ibn Taymiyyah und einigen anderen auch zeitgenössischen Gelehrten. Und sie besagt, man kann die Gebete eigentlich, die man absichtlich unterlassen hat, nicht nachholen. Das ist gar nicht möglich. Das, was man machen muss als Muslim, wenn man jahrelang seine Gebete vernachlässigt hat, ist es, aufrichtig zu bereuen. Und diese Reue, sie löscht alles, was vorher ist. Wir haben also jetzt diese beiden Meinungen. Wie sollte ich nun als Muslim, der neu anfangen möchte, damit umgehen mit diesen beiden Meinungen? Zunächst erst einmal, egal was ist, du solltest wirklich aufrichtig bereuen. Und Allah subhanahu wa ta'ala versprechen, dass du nie wieder dein Gebet, deine Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala unterlässt. Das ist das A und O. Das ist das Wichtigste überhaupt. Wenn du jetzt merkst, du hast die Kraft, die Gebete nachzuholen, dann solltest du jetzt auf folgendes Acht geben. Erstens, die Pflichtgebete haben Vorrang gegenüber den Zundergebeten. Ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also, hole lieber die Pflichtgebete nach, als dass du die Sundegebete vollziehst. Die einzige Ausnahme hierbei, wie die Gelehrten gesagt haben, sind die zwei Raka'ah vor dem Fajr-Gebet, weil der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass sie besser sind als alles in dieser Welt und das Wuttr-Gebet, weil es nach einigen Lehrten einer Pflicht nahe kommt. Sonst solltest du versuchen, anstelle der Sundegebete, deine Pflichtgebete zu vollziehen. Wie mache ich das jetzt ganz konkret? Nehmen wir als Beispiel das Mittagsgebet, das Zuhur-Gebet. Vor dem Zuhur-Gebet haben wir vier Raka'ah-Sunne oder zwei Raka'ah-Sunne, je nachdem, welchen Methab wir befolgen. Anstelle dieser vier Raka'ah-Sunne könnte ich vier Raka'ah-Zuhur nachholen für eines der Gebete, welches ich vernachlässigt habe. Ebenfalls nach dem Zuhur-Gebet könnte ich anstelle der Sunde vier Raka'ah-Sunne vollziehen. Das heißt, ich sollte versuchen, mit mindestens jedem Pflichtgebet ein Pflichtgebet nachzuholen, anstelle des Sundegebetes. Und das über den Zeitraum, den ich vorher vernachlässigt habe. Sollte ich es schaffen, mehr als zwei Pflichtgebete nachzuholen, dann umso besser. Weil einige Gelehrte haben gesagt, man sollte versuchen, in diesem Fall mindestens zwei Gebete mit jedem Pflichtgebet dann nachzuholen. Und somit kannst du dann über einen gewissen Zeitraum all deine Gebete nachholen, ohne dass es eine große zusätzliche Belastung für dich ist. Warum? Weil es ohnehin sehr empfohlen ist, diese Sundegebete zu vollziehen, auf die du nun verzichtest, um deine Pflichtgebete nachzuholen. Sollte dir das alles zu viel sein, dann wie gesagt, bereue aufrichtig, halte am Gebet fest und versuche dann viel freiwillig zu beten, weil nämlich der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, dass am jüngsten Tag die Mängel bei den Pflichtgebeten ausgeglichen werden durch die freiwilligen Gebete. Möge Allah sallallahu wa ta'ala uns zu denen gehören lassen, welche an ihrem Gebet festhalten, an ihrer Beziehung zu Allah. Amin. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. GERATUS Untertitelung des ZDF, 2020